Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Leute, heute gibt es mal wieder ein sehr sehr wichtiges Thema, bevor ich aber mit dem Video starte, wollte ich mich nochmal entschuldigen, dass in der letzten Zeit keine Videos gekommen sind, aber jetzt gibt es wieder weiter mit den Videos, hoffentlich Leute, aber auf jeden Fall gibt es heute mal wieder ein sehr sehr wichtiges Thema oder ich habe auf jeden Fall eine sehr sehr wichtige News am Start für euch und ja, falls es euch gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like in der Post und ein Abo da und vergesst auf jeden Fall nicht die Glocke zu aktivieren und sonst wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video, let's go! Wie schon gesagt, reden wir mal heute über ein neues Bundle, also das Fortnite Nvidia GeForce GTX-Bundle, wie ihr schon im Titel gelesen habt Leute, auf jeden Fall ist es ein Bundle, das relativ unerwartet gekommen ist, ich glaube niemand wirklich konnte leaken oder hatte gewusst, dass so etwas in eine Richtung kommen wird, also wir schon heute relativ unerwartet Leute, auf jeden Fall ist jetzt ein Bundle da für PC-Spieler allerdings und das wurde ja auch schon relativ lange erwartet, es gab immer die ganzen Bundles von PS4 und Xbox, und so weiter und die ganzen Leute, die PC oder am PC gespielt haben oder am PC hatten, waren relativ gearscht und ja, jetzt ist es soweit Leute, jetzt gibt es ein Nvidia GeForce GTX-Bundle und ja, wir kommen jetzt mal zu den Sachen oder zu den genauen Informationen, was man in diesem GeForce GTX-Bundle alles bekommen kann. Und zwar bekommt man das erste 2000 V-Bucks Leute, das sind 20 Euro, was schon mega krass ist Leute, also 2000 V-Bucks einfach geschenkt, das ist schon mal extrem krass eigentlich. Dazu bekommt man nochmal einen Reflex Skin, das ist ein seltenes Outfit, davon gibt es auch eine weibliche Form Leute, aber darüber oder über die weibliche Form wurde jetzt nicht wirklich was geschrieben und ich glaube, dass die entweder in den Shop kommt oder entfernt wird oder auch in einem extra Bundle kommt und so weiter. Da über diesen weiblichen Skin wurde halt noch nicht wirklich viel erzählt und es gibt auch über den weiblichen Skin keine genauen Informationen, was mit dem passiert oder wie man den bekommt und so weiter. Aber als nächstes bekommen wir noch einen Pivot Rail Gleiter, das ist also ein seltener Gleiter, den können wir oben links sehen, schaut eigentlich auch mega nice aus. Dazu bekommen wir nochmal eine Angular X, das ist eine ungewöhnliche Spitzhacke, obwohl sie ungewöhnlich aussieht, schaut sich auf jeden Fall mega krass aus Leute. Und dann bekommt ihr nochmal eine Response Unit Backbling, schaut auch mega nice aus und passt auch sehr sehr gut zu diesem Outfit Leute. Also wie schon gesagt, ist es auf jeden Fall mega krass, was man hier alles bekommt und ja, auf jeden Fall fragen sich die Leute, wie bekommt man eigentlich dieses Bundle? Also kann man sich das irgendwie erwerben oder wie bekommt man das generell? Und ja Leute, auf jeden Fall ist es ein bisschen unklar, wie man die ganze Sache bekommen kann. Es steht nur da, dass man sich eine Grafikkarte der 10er Reihe kaufen muss, aber die 1050er und die 1080er 10 nicht. Das heißt, man muss sich eine 1070er TI kaufen, eine 1070er normal oder eine 1060er Grafikkarte, muss man sich erwerben, um eben dieses Fortnite Bundle erwerben zu können oder bekommen zu können. Ist auch schon mal krass, man weiß aber derzeit noch nicht, ob die Leute, die schon eine 1060er, eine 1070er oder eine 1070er TI haben, ob die Leute das Bundle auch bekommen. Ich zum Beispiel habe auch eine 1060er, ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn ich das Bundle bekommen würde, aber wie schon gesagt, ist es noch sehr, sehr unklar und es gibt auch kein offizielles Statement dazu, ob die Leute, die eine 1060er, 1070er TI schon haben oder sie schon vor zum Beispiel einem Jahr oder mehr erworben haben, ob die das auch dieses Bundle bekommen. Das ist wie schon sehr, sehr unklar und ich werde euch natürlich informieren, falls es neue Informationen zu diesem Thema gibt. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren und dann werde ich das auf jeden Fall hier noch posten, Leute. Und ja, falls ihr euch jetzt denkt, ja, dann kaufe ich mir eine 1070er, eine 1060er, eine 1070er TI, dann müsst ihr euch merken, dass ihr das nur zwischen 29. November, also heute, und zwischen dem 29. Januar werben müsst oder diese Grafikkarte kaufen müsst. Nämlich zwischen dieser Zeitspanne, also zwischen diesen zwei Monaten, glaube ich, ja, zwei Monaten sollte es sein, könnt ihr, bekommt ihr dieses GeForce GTX Fortnite Bundle. Das heißt, wenn ihr in dieser Zeit eine von diesen drei Grafikkarten gekauft, dann bekommt ihr eben dieses Fortnite Bundle gratis zu eurer Grafikkarte hinzu, was auch, wie ich gesagt habe, mehr krasses, Leute. Und ja, das war es eigentlich schon mit diesem Thema. Wie ich gesagt habe, falls ihr in Zukunft geplant habt, irgendwelche, eine neue Grafikkarte zu kaufen und es soll einer von diesen drei sein, dann bekommt ihr, oder solltet ihr versuchen, jetzt ab heute und zwischen dem 29. Januar euch diese Grafikkarte zu kaufen, weil dann bekommt ihr nochmal eben dieses Fortnite NVIDIA GeForce GTX Bundle dazu, was sehr, sehr interessant ist, Leute. Wie ich gesagt habe, falls es genaue Informationen gibt für die Leute, die schon eine Grafikkarte dieser drei haben, werde ich natürlich nochmal posten. Und ja, sonst würde ich mal sagen, war es eigentlich auch schon mit dem Video beziehungsweise mit diesem ganzen Thema, mit diesem ganzen Bundle. Und ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen zu diesem Bundle habt oder irgendwelche anderen Fragen, die euch im Kopf herumschwirren, könnt ihr die auf jeden Fall gerne in den Kommentaren stellen. Ich versuche immer so schnell wie möglich die Fragen zu beantworten. Und sonst würde ich sagen, falls es dir gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like, eine Post-Wertung und ein Abo der Leute. Und ja, sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Tschüss. Bye. Bye.